Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ein sehr brisantes Thema. Vor kurzem wurde ein Bild auf Instagram Story hochgeladen von Matondo, wo er ein Trikot anhatte von seinen Kollegen Jadon Sancho. Das Trikot war aber nicht ein England Trikot oder ein Man City Trikot, wo die beide mal zusammen gespielt haben. Also was nicht schlimm wäre, wenn das der Fall wäre, dass ein England Trikot oder ein Man City Trikot wäre. Ich glaube, das wäre auch kein Problem, wäre jetzt ein anderer Verein. Das Problem war aber, das Trikot war ein Dortmund Trikot. Und ihr wisst, zwischen Schalke und Dortmund herrscht jetzt nicht die größte Freundschaft. Und dass einige Schalke Fans das eher schwierig fanden. Also die Dortmund Fans, die haben es gefeiert. Ich feiere das auch als Wolfsburg Fan. Und meine Meinung ist aber dazu, ich finde es nicht so schlimm, wie es jetzt draus gemacht wird. Einige sagen, jetzt Vertrag auflösen, bla 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 bla. Ich würde es nicht machen. Also wenn Schalke das macht, ist Schalke noch dummer als Matondo. Weil auch beide Spieler wissen, dass im Verein Schalke 04 sehr viel Unruhen herrscht. Und dass man nicht noch einen Skandal, noch einen Shitstorm braucht. Und meine Meinung ist dazu, einfach mit Matondo ist halt, dass er das Trikot nicht hat. Mir ist scheißegal, was für ein Trikot, ne, Jadon, was für ein Trikot Matondo in Privat trägt. Wenn er, der könnte jetzt mit einem Dortmund Trikot in seiner Wohnung rumlaufen oder auch damit trainieren. Aber wenn es sein Freund Sancho ist, finde ich absolut kein Problem damit. Das einzigste Problem, was ich damit habe. Und das finde ich einfach nur etwas respektlos und einfach nur dumm. Er hat es einfach so hochgeladen. Er müsste doch wissen, dass zwischen Schalke und Dortmund eine schwierige Stimmung herrscht. Und das bedeutet jetzt nichts, dass er es nicht anziehen darf und damit trainieren darf. Sondern es ist absolut dumm, dass er es einfach nur so hochgeladen hat, ohne im Kopf zu bedenken, ey, wenn ich es jetzt hochlade, bekomme ich bestimmt 100% einen Shitstorm. Nein, er hat es einfach hochgeladen. Und keiner stande da und hat gesagt, ey, Bro, du weißt, dass da eine kritische Situation ist, wenn du es hochlädst. Nee, er hat es einfach so hochgeladen. Ich weiß nicht, ob es von sich selbst war. Wenn es von sich selbst war, ist es absolut dumm. Wenn es jetzt zum Beispiel keinen anderen Kollegen hochgeladen hat, der auch Schalke-Spieler ist, finde ich es noch, noch dümmer. Wenn es jetzt Jane Sancho selber war, finde ich es weniger schwierig. Dann würde ich eher Sancho anprangern. Ich würde da dann nicht Watondo, aber ich glaube, er hat es selbst hochgeladen. Und ich finde es einem absolut nur dumm. Privat, okay, kann er halt tragen, machen, was er will. Aber er muss das doch wissen, dass da eine Rivalität herrscht. Er muss jetzt nicht zu Jaden Sancho gehen und sagen, fick dich, du scheiß Haarsohn. Wenn ich pisse auf dein Trikot und wische mir damit den Arsch ab oder ich verbrenne das und singe, ach gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstielchen heiße, soll er nicht machen. Sondern er darf es tragen, er soll machen, was er will. Aber er muss auch bedenken, dass es ein Shitstorm kassiert, wenn er das hochlädt. Das muss er doch wissen. Also, ich würde jetzt ein gutes Beispiel sagen. Keine Ahnung. Von euch, ähm, keine Ahnung. Das ist so, als würdest ihr gerne mal Alkohol trinken. Aber es selber hochladen und nicht bemerken, dass ihr eine junge Zuschauerschaft habt. Oder, beispielsweise, ihr würdet nicht über eine rote Ampel gehen, wenn da Kinder davor stehen. Okay, äh, das ist jetzt schwierig. Oder, das ist so, als würdet ihr Vater sein und ihr würdet einen Laden klauen. Mit eure Kinder zusammen. Das macht man halt nicht. Man macht es halt nicht. Man muss halt überdenken, dass man sowas halt nicht macht. Man macht auch nicht, ähm, keine Ahnung. Also, es gibt viele Dinge, die man halt nicht macht. Man, ähm, man macht nicht extra Witze über tote Omas, wenn neben dir ein Kollege ist, der, ähm, dessen Oma gestorben ist. Man kann Witze über tote Omas machen, privat. Aber nicht, wenn der Kollege da stehen steht, über dessen Oma ich redet. Oder, dass er ja angesprochen wird. Sowas macht man halt nicht. Und, ich würde ihn als Bestrafung, würde ich ihm das Dortmund-Trikot nochmal anziehen und ihn als Bestrafung im, ähm, Schalke-Ultra-Block stellen. Oder ich würde, äh, Jadon Sancho, ähm, das Dortmund-Trikot anziehen, dass wir dann in Schalke, ähm, Ultras-Block gehen. Ja, egal. Schreibt mal eure Meinung in den Kommentaren. Findet ihr es problematisch? Was findet ihr? Ist halt nur meine Meinung. Na, kleine Uncut-Meinung. Ich hatte das Video von Cedrics Helmhardt gesehen, also. Ja, also, da hat er ein bisschen zu übertrieben. Ja, stell dir vor, die Fans gehen ja plötzlich weg. Oh, die Jugend und so. Das fand ich halt ein bisschen lustig. Ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.